Hier präsentieren wir die 5 besten Akku-Rasentrimmer-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Bosch Akku-Rasentrimmer A2318 Li Mit dem Akku-Rasentrimmer Art 23 bis 18 Li des bekannten Herstellers Bosch können Sie auch für einen besonders sauberen und stets gepflegten Rasen sorgen. Dieser Rasentrimmer mit Akku verfügt statt einem Mähfaden über klassische Messer, die sich mit einer besonders hochwertigen Haltbarkeit auszeichnen. Demnach müssen Sie hier auch keine Mähfadenspulen nachkaufen bzw. manuell einsetzen, was sehr praktisch und zeitsparend ist. Dank dem im Bosch Akku-Rasentrimmer Art 23 bis 18 Li verbauten Lithium-Ionen-Akku steht außerdem eine ausreichende Leistung für Sie zur Verfügung, wobei Sie hiermit aufgrund des kompakten Designs auch stets flexibel in Ihrem Garten arbeiten können. Nummer 4. Gardena-Akku-Trimmer Kömpfert Köppli 18-23 R Auch der Hersteller Gardena bietet wie andere Marken vereinzelte Modelle mit einem Akku an, die für den kabellosen Betrieb in Frage kommen. In diesem Zusammenhang ist der Gardena-Akku-Trimmer Kömpfert Köppli 18-23 R zu erwähnen. Dieses Gartengerät ist mit einem verstellbaren Griff und einem abwinkelbaren Kopf ausgestattet, der ebenfalls auf Wunsch geschwenkt werden kann. Der 23 cm Schnittkreis fällt solider aus, wobei Sie überhängende Kanten dank dem 90-Grad-Schnitt recht einfach trimmen können Gardena verbautes weiteren Einführungsrad. Somit kann das möglichst bequeme Arbeiten für den Anwender sichergestellt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Einhell Akku-Rasentrimmer GECT 18 Li Solo Power X Change. Weiter oben haben wir Ihnen bereits einen Akku-Rasentrimmer der Marke Einhell vorgestellt. Dieser Top-Hersteller, der vor allem in dem Bereich der Werkzeuge und Gartengeräte vertreten ist, bietet jedoch noch einen weiteren gut bewerteten Trimmer mit Akku an. Das Modell GCT 18 Li ist mit einem 18V-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der ausreichend Energie für die Gartenarbeit sicherstellt. Somit arbeiten Sie immer flexibel, da Sie nicht auf ein Kabel oder ähnliches achten müssen. Nummer 2. Black Plus Decker Akku-Rasentrimmer STC 1840 EPC Sofern Sie auf die hochwertigen Gartengeräte des Markenherstellers Black Plus Decker setzen und viel lieber von einem Akku-Modell profitieren möchten, so könnte sich das Gerät STC 1840 EPC für Sie anbieten. Hierbei handelt es sich um einen gut ausgestatteten Akku-Rasentrimmer, der Ihnen zusammen mit einem Akku und einem Ladegerät nach Hause geliefert wird. Gerade für größere Flächen ist der Black Plus Decker Akku-Rasentrimmer STC 1840 EPC gut geeignet, denn die Akku-Kapazität ist durchaus gegeben und der Komfort beim Arbeiten kann sich ebenfalls sehen lassen. Dank dem Power Command Easy Feed ist die Verlängerung der Fäden außerdem bequem individuell einstellbar, wofür Sie nur einen Knopf betätigen müssen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Markita Akku-Rasentrimmer DUA 181 Z Bei dem Akku-Rasentrimmer mit der Modellbezeichnung DUA 181 Z des renommierten Herstellers Markita handelt es sich um den absoluten Bestseller auf Amazon, der bereits zahlreiche sehr positive Bewertungen der Kunden erhalten konnte. Die meisten Verbraucher, die sich auf den Markita Akku-Rasentrimmer DUA 181 Z festgelegt haben, loben das kompakte Design und die handliche Bedienung, so dass dieses Gerät optimal für den Garten geeignet ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.